Hello there und herzlich willkommen zurück auf Ignacia. Ja, wir haben jetzt ewig hardcore gespielt und jetzt wird es Zeit, dass wir hier auf dem Community Server wieder aktiv werden. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. I did some mining of camera, ja. Wie ihr hier vor mir sehen könnt, bei den Feldern habe ich hier zwei, drei, also zweieinhalb neue gepflanzt. Einmal hier das Ganze mit den Poppies, mit den roten Blumen. Fehlt nur noch die Cobblestone-Umrandung wie bei den anderen und hier noch mit Wither Roses. Habe ich gestern Abend gemacht und ich habe hier drüben das Kartoffelfeld fertig gepflanzt. Das waren, also das hier sind 5000 Kartoffeln, mehr als 5000 Kartoffeln und ich habe hier drüben noch das kleine Häuschen gebaut, was schon seit gefühlt zwei Jahren glaube ich der Grundriss eingeplant war und ja, jetzt bin ich endlich mal hingegangen und habe das mit Kürbissen und so gebaut. Ich will dieses Video hier nutzen, um ein bisschen zu quatschen, was ich so vor habe. Ich habe nämlich sehr, sehr viel geplant. Wir haben ja jetzt letztes Jahr die Stadt hier gebaut, das war ja mein Ziel. Dieses Jahr 2023 habe ich mir vorgenommen Interior zu machen, aber ich habe mir Pläne gemacht, ja. Also jetzt während Hardcore lief, habe ich die ganze Zeit überlegt, was ich so machen könnte und ich habe jetzt Pläne für die nächsten drei Jahre mindestens. Was ich vorhaupt machen will, ist die alten Projekte erstmal fertig machen und zwar unter anderem hier alle eingezeichneten Grundrisse bauen. Also hier kommt noch eine Farm hin und hier hinten das letzte Feld noch. Also das da, da kommen so Reben mäßig hin mit Dark Oak Leaf und da hinten eben eine fette Farm. Ich kann euch mal ein Referenzbild einblenden aus der Belgariat Saga, falls es einem von euch was sagt. So in die Richtung wird das werden. Ich muss das da entfernen für das, was ich hier vor habe zu bauen und das Labyrinth muss ich auch leider auch wieder abreißen. Ist ja quasi nur für das Geburtstagsevent gewesen, aber ja, jetzt muss es wieder weg und das hier eben auch. Und das Zelt hier vorne, wo wir immer die Party gemacht haben, kommt auch weg. Da kommt was sehr viel Geileres hin. Ich zeige es euch gleich auf dem, hier in dieser neuen App von Dingsda Apple mit, wie heißt die, Freeform oder so, wo man so zeichnen kann auf so einem Board. Ihr seht schon, wenn ich sage, das hier muss weg, das hier muss weg, das hier muss fertig gebaut werden, wie groß die Pläne sind, die ich habe. Aber es wird, es wird richtig, richtig wild. Und hier hinten zum Beispiel bei dem kleinen Häuschen, was da schon ewig auf der Insel steht, das will ich auch ein bisschen kürzen, hier dieses Cobblestone-Glaszeug wegmachen und so. Wir haben ja immer noch die Bau-Challenge für, ja jetzt quasi nach Weihnachten. Die läuft immer noch und zwar so lange, bis ich sie selber gemacht habe. Und zwar war die Bau-Challenge eine Arena zu bauen und ich möchte mir hier eine Obsidian-Arena hinbauen. Hier ist ja schon ewig, also seit ich den Berg hier gebaut habe, das ist noch so offen. Diese Kuppel da ist, glaube ich, noch selber gebaut von dem Herr-der-Ringe-Ding da drunter. Und hier oben drauf kommt eine Arena, hier mit so einem coolen Tor und die soll eben aus Obsidian gebaut werden, beziehungsweise, ich glaube, ich mache den Boden Obsidian und Gravel und dann kann man da auch mit TNT und so weiter arbeiten und die Sachen wegsprengen und keine Ahnung und ein paar fancy Sachen machen. Das wird auf jeden Fall noch kommen, jetzt vielleicht nächste Folge sogar schon, damit wir eben auch die Bau-Challenge mal haben. Falls ihr da noch selber mitmachen wollt, dann natürlich gerne, ja, noch habt ihr Zeit. Solange ich die Arena nicht gebaut habe, könnt ihr da immer noch mitmachen. Dann würde ich mich freuen, wenn wir mal ein paar Arenen haben, wo wir ein paar Turniere machen können. Also, das ist so der Sinn des Ganzen. Oh, das sieht schon geil aus mit den ganzen Feldern da. Holy. Da wären wir in meinem wunderschönen Plan. Ja, ich habe mir da sehr viel Mühe gemacht. Unglaublich, wie viel Zeit man manchmal hat. Genau, das hier war ein Screenshot vom letzten Backup quasi. Ihr seht, hier unten sind die Felder noch nicht alle gebaut. Und zwar, was ich hier vorhabe, ist der untere Teil der Stadt, wie ihr hier sehen könnt. Ich will hier, wo das Feld steht, eine fette Halle bauen. Kann man hier nicht irgendwie einen Laserpointer oder so machen? Das wäre doch mal eine Erfindung, Apple. Ebenfalls, ich muss jetzt hier ein bisschen dumm reinmalen, aber ich hoffe, wir können es halt wegserkennen. Da, wo das Zelt eben steht, soll so eine Halle hinkommen. So ähnlich wie die große Halle hier, nur mit, ja, nicht den schwebenden Kerzen wie in Hogwarts, sondern einfach nur eine große Halle, wo man eben so coole Events machen kann, wie ich immer an meinem Geburtstag mache. Keine Ahnung, ob ich dieses Jahr auch mache, aber mal schauen. Genau, dann soll hier drüben ein Konzerthaus hinkommen. Ich war nämlich mit Niggi und Shadow am Montag im Freiburger Konzerthaus und haben uns ein Hobbit bzw. Herr der Ringe bzw. Rings of Power Konzert gegeben. Es war absolut geil und deswegen braucht Artron jetzt auch ein Konzerthaus. Das habe ich auch schon ewig geplant. Vielleicht weiß der eine oder andere, dass ich das schon ewig mal machen wollte, aber ja. Jetzt soll es wirklich kommen. Ich habe ja auch gestern mal ein bisschen schon geplant. Ich kann euch mal ein Bild einblenden, was ich da in Discord schon mal reingeschickt habe. Ja, und ansonsten seht ihr hier schon die Mauer eingezeichnet. Die soll hier einmal außen rum gehen mit einem richtig fetten Burgtor bzw. Stadttor dann eigentlich ja schon. Die Burg steht ja eigentlich hier nur oben. Und dann ist das auch ein bisschen wieder aufgeteilt. Hier alles, was ihr hier so seht, ist ein bisschen höher gelegen vom Terrain und da kommen dann eben so Villen hin, da wo es orange eingezeichnet ist. Und weiter hier gegen Mitte kommt eine fette Bank hin und ja, halt so ein bisschen reichere Häuser. So ähnlich wie der Stadtteil hier drüben vom Stil her. Nur will ich es diesmal einheitlich machen. Das heißt, die Dächer sind alle gleich. Also jetzt nicht eins zu eins gleich, aber halt von den Farben her. Und dann, ja, hat man hier drüben den nächsten Bezirk quasi mit den roten Häusern und dann hier die braunen Häuser. Ich weiß nicht, wer von euch, wie heißt Lita-Kräne und Gold der Kräne, gelesen hat bzw. Shadow and Bone auf Netflix gesehen hat. Absolut zu empfehlen. Könnt ihr euch geben, wenn ihr auf diese... Ja, es ist ja eigentlich kein Fantasy. Ja, es ist auch ein bisschen Fantasy, ist es schon. Aber wenn ihr da drauf steht, das ist so Richtung Witcher. Ja, nicht ganz. Aber es sind halt auch so Magi und so. Grisha heißen die da. Hat übel Bock gemacht. Und deswegen will ich jetzt hier auch so eine Ketterdam-mäßige Stadt bauen. Ich habe hier unten auch mal die Map von denen eingeblendet. So. Mit den ganzen Distrikten. Und dann hat man hier eben den Barrel mit den ganzen Spielhäusern und so weiter. Das kommt jetzt hier eben alles auch nach Illyria. Und dann bei den Toren. Hier das Schlamm-Tor natürlich, inspiriert aus Game of Thrones. Hier das Haupttor. Da habe ich schon ein bisschen was gezeichnet. Hier drüben. Das ist inspiriert aus dieser Burg hier. Die fand ich ziemlich cool. Die hat nämlich so ein eckiges Haupttor. Und ja, hier eben auch von Fulten auch ein Bild, dass man hier eben quasi die Straße durch hat. Und da das nicht rund hat, wie bei der Burg, sondern eben eckig. Und das sieht dann in die Richtung hier aus. Wintersons. Also Shadow hat ja jetzt auch seine Mauer gebaut. Und ich will es halt andersrum machen wie er. Ja, ich habe die Mauern überdacht und die Türme offen für Ballisten. Er hat ja bei seinen Toren das zwischendrin überdacht. Aber ich will als Torhaus quasi ein richtig fettes Ding da stehen haben. Genau, das ist so der Plan. Dann, was noch? Ja genau, hier hinten. Übrigens hier auch die ganzen Häfen. Ihr seht es ja schon eingezeichnet mit den lila Post-its oder wie die Dinger heißen. Ich will neun Häfen haben in Illyria. Überall verteilt. Hier oben am König natürlich der erste Hafen. Dann die Magier haben den zweiten Hafen. Hier drüben ist der dritte Hafen. Das wird schon ein Bild. Und ja, ihr seht schon hier drüben soll ein Industriegebiet mäßig herkommen. Aber im Steampunk-Style. Und zwar eben hier mit fetter Hafen. Dann ein paar Silos, die aus Ketterdamm die, wie heißen die, die Zuckerklippe oder so, repräsentieren. Da wird dann richtig was abgehen. Die werden ziemlich fett werden, hoffentlich. Und eben auch so Lagerhallen und der ganze Stuff. Und dann soll hier ein, ja, also quasi sollen da Autofarmen hinkommen. Weil ich hab ja keine einzige Farm. Bei mir die automatisch funktioniert mit Redstone. Das soll alles da hinkommen. Mit einem fetten Hauptlager. Mit EMS-Technik von The Joe Craft. Falls der es irgendeinem noch was sagt. Also ich will es erstens funktionell haben. Aber ich will es auch cool aussehend haben. Im Steampunk-Style eben. Und ich gehe auch gerne den Preis für weniger Performance ein, wenn es dafür richtig cool aussieht am Ende. Und dann eben hier so Steingeneratoren, Basaltgeneratoren, Bamboo. Also alles, was ich halt Rechte drauf hab. Auf jetzt zum Beispiel, ähm, eine Weizenfarm oder so werde ich ja nicht machen. Für Heuballen. Weil ich ja kein Recht auf Weizen hab. Das wird ja dann Story-mäßig per Schiff kommen. Da kommen wir noch gleich zu. Ähm, genau. Ansonsten eben noch eine XP-Farm mit Skulk oder so. Falls ich mal eben schnell eine Pickaxe reparieren muss, dass ich nicht zur Goldfarm rennen muss. Und dann seht ihr hier schon, das ist so meine Visualisierung. Falls das irgendjemand versteht. Wir haben eine TNT-Blast-Chamber. Und da fliegt eben alles rein. Wir haben einen Cobblestone-Generator und Basaltgenerator. Aber am Stein soll es jetzt eigentlich nicht scheitern. Und dann, was eben das Herzstück mehr oder weniger werden wird, ist das Hauptlager. Und dort fließen dann alle anderen Farmen rein. Vielleicht eine Mob-Farm, je nachdem. Amethyst, hab ich noch nicht geguckt, ob eine Geode drunter ist. Eine Bienenfarm auf jeden Fall für Honig. Slime-Farm in irgendeinem Slime-Junk, why not. Eine Kürbisfarm und natürlich eine Bambus-Farm. Ich hab in Archeron zwar nicht das Recht auf Bambus, aber in, äh, hier, wie heißt, Dark Island in der Kolonie halt im Dschungel. Und da wird halt ein Schiff kommen. Und dann so Import-mäßig, ne, wird schon Story-mäßig alles Sinn machen. Und dann eben hier noch Bone-Mail-Farm. Das von Ilmango das Design für eine Mud-Farm. Ähm, weil ich will hier unten in der Stadt sehr viel mehr Mud benutzen. Hier, ne, da geht's ja dann weiter außerhalb vom Stadttor. Ähm, da sollen die Häuser alle so, halt, Billow-mäßig sein. Mit Schlamm und Holz und Spruce nur oder so. Alles sehr braun gehalten. Und eben, da brauch ich halt Tonnenweiß immer. Deswegen, Matt-Farm. Ähm, genau. Ansonsten hier noch eine Holz-Farm. Ich hab ja meine Dark Oak Farm-mäßig. Also, wo ich halt hier Bäume abfälle da drüben. Aber da wird dann die Mauer hinkommen. Deswegen wird das hier hinkommen. Und die Spruce-Farm ist ja immer noch, also hier die Straße runter, dann ungefähr hier. Ähm, die wird da auf jeden Fall noch bleiben. Dann will ich hier unten, das sieht man jetzt hier nicht, aber hier neben dem Feld noch ein Dorf hinbauen. Das kommt aber auch noch. Und hier, wo das Orangen ist, kommt auch noch so ein Imker hin. Genau, und dann halt noch mehr Felder, wie ihr hier sehen könnt. Also, es wird, es wird heftig. Ich hab jetzt wirklich die nächsten Jahre was zu tun. Also, hier hab ich ein paar Dachideen, dass man eben den Rand aus, ja, den verschiedenen Materialien macht. Und dann die Füllung, also den Rest vom Dach aus den Materialien. Und das dann irgendwie zusammenmixen kann, wie man grad Bock drauf hat. Wisst ihr, was ich meine? So, und dann, ähm, will ich natürlich noch ein paar Stadtgesetze machen für Illyria. Ja, und zwar will ich so Stromnetz-Telefonleitungsmäßig mit Skulk-Sensoren eine, ja, Leitung machen, dass man quasi so eine Antenne hat, wo so ein Skulk-Sensor draufsteht. Und mit, äh, Trapdoors irgendwie. Und der klappert dann durch die Gegend. Dann kann man zum Beispiel ein Signal geben vom Haupttor der Burg aus. Ja, äh, keine Ahnung. Und dann wabbelt das da durch die Gegend. Also so, ne, das sind ja diese Partikel dann. Und dann kann man da quasi das Signal transportieren. Und, ähm, dann den anderen Toren sagen, yo, geht auf oder geht zu. Ist natürlich super anfällig für Störungen. Wenn dann da ein Spieler irgendwie dumm vorbeifliegt, dann gehen halt alle Tore zu. Die Idee ist noch nicht ganz so ausgereift. Aber, ja, so die Richtung ehemals wird da kommen. Dann brauche ich eine Währung. Es gibt natürlich Emeralds und Dias für, also Emeralds für die Villager. Die sind das niedrige Fußvolk. Die haben in, äh, Archeron auch nichts verloren. Also, ne, Villager haben Stattverbot. Aus Leckgründen hauptsächlich. Aber halt, das ist die Lore-Erklärung. Äh, äh, In-Universe-Erklärung. Und dann, ja, weiß noch nicht. Dias auf jeden Fall. Und dann Drachen als, ja, vielleicht sowas wie die Psycoins. Mache ich dann noch ein extra Ding für die Stadt an sich. Oder nur für Archeron irgendwie so. Muss ich mir noch überlegen. Genau, also Villager haben nichts in der Stadt verloren. Baurecht. Ähm, in den Häusern wird unten, muss irgendein Workshop sein. Und oben wird gewohnt. Oder es muss vermietet werden. Also so in der Taverne oder so. Ähm, und es gibt eine Flugverbotszone über der Stadt. Genau. Was es damit auf sich hat. Ich will Luftschiffe bauen. Und zwar soll hier hinten im Industriegebiet auch die Werft für die Luftschiffe kommen. Beziehungsweise eine Start- und Landebahn. Margenia hat schon ein paar Flugzeuge. Und ich habe auch schon länger einen Plan für Luftschiffe. Die werden da hinkommen. Aber dafür brauche ich erst noch die Lore-mäßige Erklärung. Ich habe hier drüben mal aufgemalt, wie das ist für ein Luftschiff, was man da alles braucht. Ja, ich hoffe, ihr könnt mal eine Schrift lesen. Wahrscheinlich kann es eh keiner lesen. Deswegen erkläre ich es lieber mal. Also für ein Schiff braucht man Holz und Wolle. So. Das Holz kommt woher? Über Flose. Mhm. Und wo kommen die Flose her? Aus dem Dorf mit den Holzfeldern, was ich da unten noch bauen will bei meiner Spruce Farm. So. Wo kommt die Wolle her? Mit Schiffen aus Old Town. Die kommen die Schiffe aus Old Town zu mir. Entweder sie gehen über einen Hafen. Und dann über die Transporte. Transporte über die Straßen und dann über den Umladehafen dann zu mir. Oder ich breche die Meerenge auf und die Schiffe fahren direkt zum Archeron Hafen. Also nicht zum Archeron Hafen, zum Illyria Hafen. Alter, ist diese App am Längen. Habe ich hier irgendwo das komplette Bild von Archeron? Ja, hier oben. Genau. Also das Ding ist ja bei Archeron, kommt kein Schiff durch, weil hier zu ist und hier zu ist. Deswegen kommt kein Schiff zur Hauptstadt nach oben. Und jetzt ist mein Ziel hier, oder mein Plan, das hier wegsprengen in der nächsten Zeit. Und, beziehungsweise wegbuddeln. Je nachdem. Dort diese Statuen aus Herr der Ringe, aus Mittelerde. Ich weiß gerade gar nicht, wie sie heißen. Ich blende euch ein Bild ein. Die kommen da hin. Das ist so meine Idee. Und hier seht ihr auch noch die weiteren Pläne. Hier kommt eben die Dark Oak Farm hin, das ist ein Industriegebiet. Hier kommt das Holzfällerdorf hin. Und, ja, dann haben wir hier noch ein Dorf, das noch angebunden werden muss. Das da muss noch angebunden werden. Und wenn dann die 1,20 kommt, mit denen, ja, dass man Pferde gescheit züchten kann, dann werde ich hier bei dem Startdorf, wo alles begann, eine riesige Pferdekoppel haben. Da laufen jetzt schon Pferde rum, aber, genau, die werden dann aus der Hauptstadt umziehen. Und die, ja, hier, was jetzt noch Pferdemäßig ist, wird umgebaut. Da kommt noch ein Hafen hin. An den Rand hier, der 5. Hafen. Und dann hat man hier noch einen kleinen Weg rüber. Und dieses ganze Testgedöns hier wird abgerissen, ja. Und dann kommen da noch ein paar Lagerhallen und so ein Stuff hin. Das wird, denke ich, auch ganz nett. Jo, ansonsten, die Brücke hier möchte ich noch neu machen, aber das sind so kleine Sachen. Hier ist eben die Sachen, die ich unbedingt brauche. Eine Bank, die habe ich hier unten schon eingezeichnet, ne, hier. Dann ein großer Markt, da will ich zwei haben. Also wir haben ja den Markt hier bei der Akademie. Das ist aber nur einer von vielen. Hier wird ein fetter hinkommen mit einem riesigen Brunnen. Und dann hier vor das Konzerthaus noch einer. Vielleicht ist das auch so zusammenhängend irgendwie. Ich meine, das ist ja direkt nebeneinander. Das wird schon geil werden. Dann eben einheitliches Vierteldesign, dass man, ja, mit den Dächern und so und den Wänden. Wisst ihr, was ich meine. Spielehallen, Tavernen, Puffs, eben was alles in eine Stadt gehört. Gerichtshof hatte ich mir noch überlegt, aber das will ich in die Burg machen. Die Burg ist ja quasi auch schwebend hier, ne, alles. Und das kommt dann unten drunter, kommt Interior. Und, ja, Kerker. Eben vielleicht so mache ich so einen Gerichtssaal und so weiter. Das wird, ja, das ist auf jeden Fall Interior. Das wird dieses Jahr noch passieren. Ähm, ja, seid gespannt. Und dann vielleicht noch Hospitäler und Büchereien und so und Stuff. Muss ich noch mal gucken. Alles, was hier in weiß mit S eingezeichnet ist, ist eine Spielehalle. Bis jetzt sind es drei Stück eingeplant. Und B soll Bibliothek beziehungsweise Schule sein. Weil wir haben ja auch die Akademie, okay, aber die ist ja nur für Magier. Und für die normalen Leute. Äh, die müssen ja auch irgendwie was lernen und so, finde ich. Gehört halt in meine Stadt irgendwie mit rein. Deswegen kommt da unten eine Bibliothek hin und ne, ja, Schule. Genau. Ähm, ich fühle mich ja wie bei so einer Präsentation in der Schule. Damals ist das ja wild. Äh, er hat freigesprochen und viele Bilder benutzt. Äh, genau. Was ich jetzt seit neuestem gesehen habe, äh, hat Fripp in irgendeinem Video mal erzählt. Wenn man das Ganze zum Leben erwecken will, braucht man zum Beispiel blinkende Lichter oder fahrende Minecrafts auf Schienen. Die kommen eben ins Industriegebiet. Oder eben diese Skull-Leitung. Äh, das wird auf jeden Fall eine Sache, die ich machen will. Und bei den Geräuschen, ähm, das war jetzt eben aus irgendeinem Dorfvideo oder so, was er gemeint hatte, dass man bei den Brücken, wo ja eigentlich das Wasser nur steht, weil es halt in Minecraft so ist, dass man da unterirdisch einfach ein Wasserding setzt, dass das irgendwie fließt und dann hat man schon das, äh, plätschernde Wasser. Das, ähm, ist halt schon ziemlich cool, wenn man da noch ein bisschen Sound mit dabei hat. Und dann eben noch, dachte ich mir, so Glockenbimmel, äh, dass man das mit der Skype-Telefonleitung irgendwie verbindet, dass die, äh, Signale halt kommen, jo, jetzt ist so und so viel Uhr. Das wird wahrscheinlich überhaupt nicht funktionieren, aber das war halt ein bisschen was, ja, immer noch. Das soll halt auch nicht abpacken, das ist so die Kunst, sondern nur ein bisschen, äh, ja, halt am Bimmeln sein. Und dann, dachte ich mir, kam mir noch die Idee, man kann ja bei den Tavernen und Spielehallen und so, äh, eine Jukebox machen, was jetzt ja ab der 1.20 gehen wird, beziehungsweise vielleicht schon als 19.4 eigentlich, ähm, dass die, äh, Jukeboxes eben mit Redstone und Hoppern und so funktionieren. Also ich dachte mir halt, du läufst dann so hier irgendwie durch die Straße durch und dann ist halt, triggert irgendein Skulk-Sensor, keine Ahnung, und dann läuft in irgendeiner Taverne, ich hab'n Pupp. Das war so meine, meine Idee. Genau. So, die Aufnahme geht schon 20 Minuten. Aua, ich hoffe, das guckt sich jetzt noch irgendjemand an. Äh, deswegen würde ich sagen, hier nochmal ein kleiner Sketch, wie ich eine Spielehalle machen will, ist jetzt nicht allzu interessant. Ähm, hier ist der Plan, der To-Do-Plan, beziehungsweise hier unten. Es ist schon todeskompliziert. Ähm, ich will jetzt auf jeden Fall, bevor ich mit dem ganzen neuen Stuff anfange, will ich die alten Projekte fertig kriegen. Die eingezeichneten Sachen fertig, die Felder fertig, und dann will ich auch in jedes Caf, was Archeron hat, die Felder drumherum machen, weil die Hauptstadt, da leben viele Leute, ja, die brauchen ja alle zu essen. Das ist so ein bisschen meine Herangehensweise, dass man das auch erklärt kriegt. Äh, dann will ich noch mit dem Splitter was machen, ja, von dem erstaunlich wenig Leute den Trailer gesehen haben, beziehungsweise den Hint in der Salvatore gesehen haben. Aber, ja, lasst euch überraschen. Und dann eben überall Interior in der Burg, in der Akademie und in den ganzen Häusern allgemein. Das wird so dieses Jahr alles abgehen. Und dann kommt da eben noch bei der Akademie die Bibliothek drunter, der Keller drunter. Dann kommt überall noch ein Kanalisationssystem mit Tunneln und so weiter, die die ganzen Keller verbinden, also geheimgängermäßig. Das, äh, ja, wird brutal. Und dann eben noch die neuen Dörfer anschließen. Und dann will ich auch endlich mal meine Schulden quasi begleichen, weil ich schon bei Aerea seit drei Jahren Interior in irgendeinem Haus bauen will. Oder, ähm, ja, auch von den Geburtstagen, wo ich gesagt habe, ich baue ein Schiff hin, ich baue ein Haus hin, dass ich das jetzt mal fertig kriege, endlich, bevor ich mit der neuen Stadt anfange. Und, ja, jetzt ist eben das Wichtigste im Creative erstmal alles planen. Vorher brauche ich hier ja gar nichts machen, wenn ich nicht weiß, wie ich es haben will. Eben dann auch erstmal alles vorgebaut, die Mauer mal vorbauen. Und dann weiß ich auch, wie viele Materialien ich brauche. Und dann geht es eben los. Dann breche ich die Meerenge auf. Dann kommen da die Statuen hin. Dann kommt hier, wo sich das Labyrinth und so weiter abreißen. Dann werden die Straßen eingeplant. Dann kommen die Häfen. Und dann geht es eben los. Und dann habe ich parallel die ganzen Projekte am Laufen, wie ihr hier sehen könnt. Das ist so mein Zeitstrahl mäßig. Industrie ist fertig geplant. Dann kommen hier die ganzen Farmen. Dann kommt, also dann kann ich mir quasi immer aussuchen. Jo, worauf habe ich heute Bock? Will ich eine Redstone Farm bauen? Will ich irgendwas fancy noch weiter planen? Will ich ein Konzerthaus bauen? Will ich irgendwelche Interior bauen? Will ich eine Kanalisation buddeln? Dann habe ich quasi hier immer meine Auswahl, was ich machen kann. So, und dann, ja. Das ist so mein Plan. Genau. Dann möchte ich sonst noch irgendwas Erwähnenswertes vergessen. Ich denke nicht. Ach doch, hier oben. Die Materialien. Und zwar will ich eben eine sinnvolle Erklärung für jedes Material haben, was ich in der Stadt verwende. Ansonsten eben, zum Beispiel jetzt das Essen, Weizen und so weiter wird importiert. Karotten, Kartoffeln, Schweine kann ich selber quasi halten, produzieren. Darkock und Spruce bekomme ich selber. Wird eben mit Flößen und Schiffen ja irgendwie in die Hauptstadt transportiert. Oder hier direkt in den dritten Hafen am Industriegebiet. Da wird dann das Hauptlager hinkommen von der ganzen Stadt. Gravel habe ich schon. Da ist ja hier das Kiesbergwerk. Wo war es? Hier glaube ich. Und ja, für Stein und Underside, das ist jetzt so ein Ding, weil ich will ja unter der Akademie ein Riesenloch machen. Und wenn ich hier überall noch Keller und so ein Stuff drunter mache, dann wird da absolut viel Steinball rauskommen. Aber Story-mäßig muss der ja irgendwo herkommen. Deswegen brauche ich noch Steinbrüche, am besten mehrere, in ganz Archeron irgendwo verteilt in den Berg. Ja, das kommt auch noch. Und dann habe ich eben den eigenen Import quasi aus meinen, ja, Kolonien. Das heißt, ich brauche eigene Schiffe, die von Dark Island, Dschungel, Acacia oder auch dann Cherry bringen, wenn es in der 1,20 kommt. Dann werde ich eine neue Kolonie machen. Melonen, Bambus, der ganze Lush Cave Stuff, Skulk, Terracotta und das Netherzeug. Netherzeug ist noch ein bisschen so auf der Kippe, weil das kann man ja überall quasi rausholen. Da habe ich doch keine sinnvolle Erklärung. Könnt ihr mir auch gerne mal Ideen und Vorschläge in die Kommentare schreiben, wie man das Story-mäßig gut bringt, wie das Netherzeug in die Oberwelt kommt, ja. Bin ich mal auf eure Ideen gespannt. Vielleicht ist da was Cooles dabei. Und dann eben externe Import. Oak, Birch, Sand, Heu, Deep Slate. Also Deep Slate könnte ich auch selber ranholen, aber ich hole es ja von Margenia. Mehr oder weniger. Freiwillig von Wayne. Und dann eben das Zeug aus der Trading Hall, Bricks und so weiter, Quarz. Da kommt dann einfach ein Schiff von der Trading Hall. Und Dark Prismarine aus Wintersuns. Genau. So. Habe ich jetzt eigentlich alles erklärt, was ich euch erklären wollte? Ja, ich denke schon. Hier kann ich noch Matta zuschreiben, fällt mir jetzt gerade ein. So. Ach ja, das neue Bamboo Holz kommt auch. Das wird auch hier unten mitverwendet. Genau. Aber, ja. Das ist so mein Plan für Illyria. Das wird jetzt Jahre, also ich denke, ach, jetzt ist das Mikro. Das wird jetzt Jahre dauern, denke ich. Also ich werde das auf keinen Fall in einem Jahr fertig kriegen. Jetzt auch mit Studium und den ganzen Stuff. Wird nicht mehr so viel Freizeit sein, aber eben wenn Freizeit ist, dann kann ich hier loslegen. Dann würde ich sagen, hüpfen wir wieder in game. Falls ich euch mit meiner Planung nicht zu sehr gelangweilt habe und ihr bis hierhin geschaut habt, dann schreibt doch mal Illyria wird wild, Ausrufezeichen, in die Kommentare, dass ich weiß, ihr habt bis hierhin geschaut. Würde mich auf jeden Fall freuen, das so ein, zwei, dreimal zu lesen. Aber ja, das sind so meine Pläne. Deswegen hier hinten Stadtmauer und alles. Es wird richtig, richtig heftig. Ich hoffe, ich konnte euch auch ein bisschen inspirieren für eure eigenen Projekte. Sei es jetzt ein anderes Königreich oder Nigi im Hafen unten irgendwie, dass ihr jetzt auch ein paar Ideen habt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich werde jetzt die nächsten Monate hier ordentlich loslegen. Ich habe viel zu tun da hinten mit dem Industriegebiet. Das wird richtig heftig. Und dann halt nebenher noch die ganzen Interior von der Stadt und alles andere auch noch. Aber das ist eben so meine Herangehensweise mit der Lore, das immer ein bisschen erklären zu können, was so abgeht. Und ja, jetzt wisst ihr, was abgeht. Ich habe sehr viel vor. Und dann, ja, würde ich sagen, gehe ich jetzt mal ans Grinden, lege los, hole Materialien ran, buddel weiter, baue ein paar Felder fertig, baue ein paar Häuser fertig. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao, Leute. Ciao, Leute. Vielen Dank.